Ach, nur hier, okay. Den geht's ja. So. Guck mal, 106 Baumstämme noch, gleich sind es nur noch 104. Und er braucht nur noch 5. Und 5 Stück habe ich nicht, es liegen wahrscheinlich jetzt nur noch 2 oder 3. Das könnte möglich sein. Ein paar Steine sammeln, das können wir auch schon mal machen. Oh, was habe ich? Eine Shikore? Ach, hier sind die. Hier sind die, okay. So. Scheint wohl nur viel gewesen zu sein. Wir sind voll, wir können keine Steine mehr sammeln. Nein, aber Blumen, das können wir noch. Da können wir uns ja jetzt so ein Ding machen, ne? So ein Energiesnack. Riegel etc. Oh. Was haben die denn? Ja, was ist mit euch denn los? Das war ja wohl mal ein Schuss in den Ofen. Und die anderen? Mütig im Border. Wow, toll. Haben sie ihn einfach im Stich gelassen. Was für Leute sind das denn also wirklich? Kameradenschweine. Ähm, wobei ich stehen geblieben? Bäumefällen, genau. Äh, ja. Bäumefällen. Was für Schweine. Könnten wir nicht den hinstellen. Ja, okay. Okay. Es passt. Ops. Ähm. Dann sollte ich aber wohl eher erstmal... Wahrscheinlich... Nee. Wohl erstmal hier den Zaun noch setzen, bevor ich jetzt gleich... Geht das so oder ist er ein bisschen zu hoch? Er sagt ein bisschen nach oben. Das ist aber glaube ich nicht so schlimm. Das ist okay. Muss ja nicht perfekt aussehen, ne? Ach ja. So, jetzt geht's. Heute will nichts sitzen, habe ich das Gefühl. Da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Hm? Ach, schön. Stell ich grad fest. Schön. Aber der hat noch nicht das untere... Ach doch, der hat da schon eingefangen. Ah, okay, okay. Finde ich trotzdem eine Schweinerei, dass er in den Stich gelassen wurde. Was für Menschen sind das hier? Was für Menschen? Hast du eine Blume? Nö. Na gut. Stöcker nämlich auch gerne. Äh, der fällt ein bisschen doof, aber gut. Können wir ja ein bisschen nachhelfen. Ah, ich krieg den Holzstamm noch nicht. Und gleich hier die ersten verpfeffern. Ich hab gedacht, wir haben Besuch gekriegt, hat sich grad so angehört. Aber war dann doch nicht. Fehlkauf, Fehlentscheidung. Schön, wenn die so einander liegen. Beieinander, aneinander. Keine Ahnung. Wie auch immer. Der ist fertig. Und wir kriegen Hunger. Denk ich mir jetzt mal, kann Nickel wollen, oder? Ich genehmige mir mal eins. Da, 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 da. Hm, jam, 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 jam. Das ist doch lecker. Oh, hier liegen auch noch. Oh, hier sind aber viele. Hab ich mich jetzt verjagt. So, dann wollen wir nochmal eben schnell die Restlinien holen. Bevor es ganz dunkel wird. Oh, mir juckt mein Näschen. Verdammt. Oh, Gott. Oh, fast die Hälfte. Fast die Hälfte. So, die ich nehme ich auch noch mit. Ausdauer ist auch schon wieder viel besser. Ich kann keinen Kiesemischstein mehr nehmen, aber ich mache es immer wieder. Macht Spaß. Gut. Wir haben jetzt das gemacht. Ich will ihm was wissen. Die Frage ist... Ja, natürlich. Wenn ich jetzt das da oben andocke... Ja, dann macht er das da hin. Also er macht einen großen Bereich, was er nicht machen soll. Schade. Ich hätte vielleicht... vielleicht erst noch eine Etage höher und dann durchziehen. Wäre das sinnvoller gewesen? Ich weiß ihn nicht. Wäre vielleicht auch besser gewesen. Ich finde es übrigens sehr schön mit dem Dach. Und ich finde es sehr amusant, dass es so schnell dunkel geworden ist. Nein, ich glaube, das täuscht. Es ist eigentlich gar nicht so schnell dunkel geworden. Achso, ich kann doch... So. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Zieh mal an. Schick, schick. Entschuldigung. Da war ein Gena. Ja, dazu finde ich auch noch eine eigene Treppe. Aber die muss dann gerade sein. So ein kleiner... Na? Nur mal eben gucken. Mal eben gucken. Obwohl... Es sieht auf jeden Fall schick aus. und ist von der Höhe her völlig in Ordnung. Aber... Das kommt ja später. Jetzt muss ich mal eben aufpassen, dass ich den richtigen hier wegmache. Das bist du. Ja. Okay. Keine Lust wieder, den falschen wegzumachen. Du hast Durst. Ich habe Durst. Dann werde ich mal eben schnell was trinken gehen. Und dann gehen wir, glaube ich, schlafen. Weil wenn es Tag ist, lässt es sich halt besser arbeiten. Hier habe ich noch was. Jetzt wird es schon wieder dunkel und ich bin voll. So, einmal Licht an. Dankeschön und schlafen. Und natürlich den Erfolg speichern, dass wir das Dach fertig haben, ne? Das ist das A und O. Wir haben schon wieder Hunger. Das ist aber nicht so wild. Wir haben ja Fisch. Wir haben hier alles. Alles. Wollen wir die schon wieder nachwachsen? Was sehr schnell geht, bin ich bin erstaunt. So, verbauen wir mal eben die Steine. Ach, schade. Ich habe gedacht, ich habe noch drei, aber war wohl dann doch nicht der Fall. In welcher Richtung? Ja, in der. Ja. Wollen wir mal in der. So, ich bin aber auf Hut. Man weiß ja doch nie, ob da nicht was gerade mal eben um die Ecke kommt. Ich weiß nicht, ich bin ja doch etwas vorsichtig. Man weiß ja nie, wie ihr Rundgang ist. Ja. Nimmst du aber den Stein? Bam, 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 bam. So, dann haben wir hier auch schon mal eine Wand fertig. Dann kommt hier die nächste. Was fehlt uns noch? Ach, fast die Hälfte. Fast die Hälfte, das ist sehr gut. ein paar Steine wieder nehmen. Ach, schön. Vorher muss man vollen Zügen genießen. Aber wir müssen echt bald mal wieder unterwegs sein. Ich würde auf jeden Fall einen Panzer noch mal holen. Das ist ganz wichtig, dass wir genug zu trinken haben. Hier noch einer gelandet, oder war es das? Das war es wohl. Schade. Ich weiß nicht, was ich da ges... einen Stock, oder was habe ich gesammelt? Keine Ahnung. Wir haben jetzt genau die Hälfte erreicht. Wow. Da muss ich mir mal gucken, wie es Richtung Strand ging. Das ging, glaube ich, da. Okay. Okay. Also,